Musik Guten Tag, ich heiße Estela Döberina, die Leser. Meine Matrikanummer ist H19A0107. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Malaysia. Ich wohne in Perak. Ich bin Malaysierin. Ich studentin an der Universität Malaysia-Kelantan. Ich möchte Kaffee trinken. Ich esse gern Pizza. Ich muss selbst gehen aus Wiedersehen. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken. Ich möchte Kaffee trinken.